geht ihr das auch so ich liebe mini bücher gefaltet und gestaltet heute ein weiteres kleines schnelles mini aus einem designer papier gefaltet und außen in aquarell technik gestaltet was du dafür brauchst und welche möglichkeiten es beim gestalten mit präge fordern gibt das zeige ich dir jetzt hallo und herzlich willkommen in meiner kreativwerkstatt schön dass du dabei bist ich bin angela von der stempel familie aquarell technik wie kommt seit 2016 ist der juli welt aquarell monat auch stempel ab hat dies zum thema gemacht das bedeutet stempel ab trifft aquarell und deswegen haben wir uns im juli ganz besonders mit wassertank pinsel stempel farbe stempel spritzer und allem was man damit kombinieren kann beschäftigt ich habe auch schon ein bisschen was gezeigt ich hatte auch einen online workshop zum thema deswegen gibt es hier jede menge ideen und das besondere und das beste kreativität verbindet und in unserem heutigen video hopp ja du hast richtig gehört es gibt schon den nächsten video hopp von stempel familie und friends zeigen wir euch insgesamt fünf ideen mit aquarell technik wir das sind anna lena birntraut karin merle und ich die ideen der anderen kreativen mädels findet ihr am ende meines videos und in der beschreibung unter dem video habe ich für euch die playlist mit allen einzelnen beiträgen aufgeführt dann könnt ihr sie euch ganz einfach der reihe nach anschauen ich habe noch einmal designer papier aus der celebration verwendet dies und noch andere papiere und stempel sets seht ihr in der celebration broschüre ihr könnt diese wunderschönen prämien im juli und august gratis zu eurer stempel abgestellung dazu bekommen bei einem bestellwert von 60 beziehungsweise 120 euro außerdem liegt auf meinem arbeitstisch noch das produktpaket alpha best weil das gehört zu meiner reihe ihr kennt ja vielleicht schon meine reihe mit dem ein stempel set und fünf ideen und ihr hattet ausgewählt alpha west hatte gerade die nase form und deswegen ist das aktuell dran stanze brauchen wollte in jedem fall verwenden damit so jetzt überlege ich warum ich das mache so viel erzählt ja ich weiß gar nicht was versäumt habe aber das wird sich finden zwischendurch finden eins habe ich noch ganz zum schluss hier gibt es ja immer meine persönlichen tipps und tricks und ganz zum schluss gibt es heute zeige ich mal ganz kurz ins bild schon mal so eine kleine vorschau auf das was wir letztens in meinem spezi experimentier club nennen wir ihn heute mal so ausprobiert haben nämlich karten und ideen mit der struktur pasta zeige ich euch zum schluss noch was so heute träge folger träge folger von stempel ab trifft aquarell technik aquarell technik ist ja klar mit viel wasser worte color können wir auch sagen also habe ich hier schon mal vorbereitet die wassertank pinsel der name weg glaubst du es gut dass ich das immer irgendwo aufschreibe und die stempel mit wasser gefüllt brauchen wir ihr kennt das ja schon ihr wisst ja dass ich gerne experimentiere und deswegen lade ich euch ein mir über die schulter zu schauen und die ein oder andere idee vielleicht später selbst auszuprobieren und vielleicht auch weiter zu entwickeln jetzt überlege ich immer noch was ich zuerst mache ich mich hier verfaselt würde ich sagen wir machen erstmal das aktives und zwar ein mini buch ein weiteres ich habe euch ja schon einige gezeigt wie die zu falten gehen da gibt es ja immer wieder tolle ideen man kann sie unterschiedlich gestalten in und außen mit stricken und ohne stricken und einfach so offen und mit text drin oder hier aus solchen fächern auch hier text ja auch möglichkeiten ohne ende wie es eine spezielle bindung alles schon mal irgendwie gezeigt und heute habe ich eigentlich noch nicht gezeigt wir nennen es mal schnelles falsch mini ungebunden ungebunden heißt es hat keine bindung wir haben es komplett gefaltet und wie das geht zeige ich jetzt dann legen was beiseite machen die technik mit dem trägefolger und dann machen wir unser bücheln fertig und ganz wichtig ich hoffe ihr bleibt hier dran und schaut dann unbedingt bei den anderen mädels ok wir legen das papier ein das ist ein designer papier in 12 12 inch wir brauchen in die eine richtung zweifels linien dass wir drei felder haben und die in die andere richtung vier dann brauchen wir also dreifels liegen erste richtung zweifels linien es ist zwölf mal zwölf also 30,5 x 30,5 der einfachheit halber sage ich die maße jetzt in inch die findet ihr auf eurem papierschneider hier oben sind die zentimeter und darunter sind die inch maße 4 inch schönes gerade das maß gerade anlegen und 8 inch wunderbar dann sehen wir das ganze um 90 grad jetzt die drei falls liegen damit wir vier felder verhalten dann also bei 3 inch bei 6 inch und bei 9 jetzt haben wir das schon wunderbar falls liegen sehen wir nicht das papier ist übrigens aus dem designer papier in der celebration hatte ich natürlich schon gesagt kreislauf der natur ich letztens ja schon projekte mit gezeigt kann man also super für alles verwenden wir legen jetzt hier noch mal auf die 4 inch seite und nehmen unsere schneide klinge und gerade anlegen das kriegst du am besten hin indem du oben und unten genau schaust weil hier unten ist dann noch mal siehst du gerade nicht aber kannst du denken die ist gleiche skala auch aufgeführt also gerade einlegen und wir schneiden jetzt bei der 4 inch linie bis zur letzten querlinie die ist hier und bis dahin schneiden wir und dann nehmen wir das ganze raus wunderbar geworden so hier ist also geschnitten und drehen es einmal 180 grad legen es wieder bei vier inscheinen ja schön gerade klappe drauf haben wir noch da unseren finger und schneiden auch bis dahin wollen wir jetzt gucken wir mal ob wir alles richtig gemacht haben und nehmen uns am besten doch ist einiges abreißklebeband aber das womit du am besten klebst ich möchte wieder diese seite außen haben weil passt eben super zu aquarell technik ich wollte jetzt erstmal die linien so längst die dreier haltung dass das alles gerade aufeinander liegt kann das notfalls noch mal so ein bisschen ausrichten falls man hier eine falsche linie nicht ganz gerade gelaufen ist aber sieht gut aus okay dann falle ich hier hinten hoch nach vorne und nach hinten wunderbar dreht das ganze einmal um jetzt ist ja die bildung hier unten also nach unten falten das ist gerade liegt nach oben falten und wieder nach unten und hier in der mitte machen wir das genauso wir hätten die auch alle komplett halten können aber in dem fall haben wir es so gemacht so jetzt fällt man das alles wieder auf und damit wir uns nicht vertun kommt folgendes du siehst ja bei dem buch habe ich auch ein fehler gemacht zeige ich dir nachher habe ich praktisch verschiedene klappen einmal ist oben zu öffnen kann ich hier ein tag ausziehen und einmal ist vorne zu öffnen und dieses prinzip werden wir uns jetzt hier einfach kleben das heißt hier oben ist ja diese verbindung zusammen ich gehe direkt an diese klebe linie daneben klebe mit meinem doppelseitigen abreißkleben band bis hoch und klebe hier oben quer und das gleiche mache ich hier unten ich gehe hier bis darin und hier oben quer reiße das ab das heißt ich nehme ziehe jetzt hier ab und klebe das wunderbar gerade aufeinander falls ihr hier schon mal passt perfekt dann wird ja hier weiter gefällt und das heißt dieses klebe ich so rum mal gucken ob ich alles richtig gemacht habe ich habe alles richtig gemacht aber habe jetzt nicht aufgepasst das war der eine moment wo sie nicht aufpasst genau wir haben jetzt witzigerweise in unserem büchlein nicht das aquarellmuster außen sondern das an also das heißt du hättest es genau anders und gehen müssen bis jetzt durch brauchen nicht überlegen machen jetzt so ich mag es ja auch in varianten die andere seite passt auch zum aquarell ok also kleben wir das so lange das ist wenn man einen moment an irgendwas anders denkt es ist immer dasselbe mit dem mädel so jetzt haben wir jetzt gucken wir mal ob was doch richtig haben und du wirst nicht glauben es ist nicht richtig es ist so rum dass wir also es ist richtig aber so rum dass wir die piepmetze hier außen hat und du siehst ja von normaler rei lassen wir das jetzt auch als pinsel aquarell durchgehen genau so so haben wir es jetzt legen wir uns das so hin mit sich dass wir hier sehen das wird ja oben und die flügel richtig rum fliegen kleben wir uns hier wieder eine klappe also gehe ich auf diese seite setze hier mein doppelseitiges abweiß klebeband und klebe die beiden mittelteile auf so ganz aufgeregt schon für meine technik nachher experimentieren ist wie gesagt ganz spannende sache ok hammer und das gleiche damit wir noch mehr fächer haben machen wir hier auch noch mal auf der einen seite ist noch ein element kleben wir hinten zusammen da kann nichts schief gehen wenn du dir das immer wieder so vor augen führst bis auf die sache die wir ja nun wieder aus angeles fehlern gelernt haben ja hier vorne sind die seiten hier kannst du einmal oben an der seite reinstecken wieder oben wieder an der seite und hier kommt noch mal eine klappe das heißt hier geben wir auch noch mal hier drauf und dadurch letztes mal kleben und dann legen wir es beiseite aber wir haben uns schon mal gut warm gebastelt unser fall mini bis fertig prima liegt hier bei der seite hier ist noch mal das original wie gesagt da ist es richtig rumgegangen richtige farbe hier sind die text das machen wir dann mit dem anderen weiter ok ich habe eine prägeform ich habe mir zugeschnitten weil wenn ich mit aquarell arbeite und stemmen ab dann nehme ich gerne den farbkarton moment das ist heute wirklich warm das video drehe ist ja nicht immer live sondern ist manchmal ein paar tage vorher heute ist echt warm hier so richtig warm ok also farbkarton in seinen glanz ich habe das schon einmal geprägt hier siehst du ich nehme die prägeform das ist wieder was was ich natürlich aufgeschrieben habe und zwar ist das die prägeform vielsprachige glückwünsche aus dem jahreskatalog die fitness prägeform übrigens auf der seite 176 177 und die ist neun zentimeter breit also eine von den schmalen das heißt ich kann die auch wunderbar dass wir dann zwei formen in der packung ich kann sie wunderbar mit der kleinen prägemaschine prägen stanz und prägemaschinen du weißt ja die kann beides dann sind so verschiedene platten und fürs prägen da geht es immer um das kleingedruckte auf den platten damit man weiß wie man das sandwich zusammenlegt das ist eine einfache prägeform also keine 3d prägeform also brauche ich dann die platte 3 und die platte 1 das ist die mit der wir immer stanz einzig schwierigkeit ist dass wir eben nicht die klarsicht form nehmen du weißt welche die sind immer nicht die sehen übrigens gerne so aus das ist okay das funktioniert glauben gut das haben wir das wissen wir wie wir das nachher machen und hier habe ich einmal so einfach einfach durch gedreht jetzt haben wir verschiedene möglichkeiten jetzt könnten wir das mit dem wassertank pinsel und wasser vielleicht auch vorher mit dem stempeln spritzer schön nass machen und dann einfach kolorieren entweder die schrift oder auch nicht aber ich möchte das ja so ein bisschen richtig schön und aquarell ich will nicht sagen gekleckst aber einfach so water color effekte haben und deswegen schaue ich mal was damit so alles geht ich nehme also eine prägeform papiere sind zugeschnitten sprachen wir drüber und hätte jetzt die möglichkeit dass einfarbig oder bund zu gestalten könnte mit dem stempel kissen einfach hier drauf gehen ich will ja die seite geprägt haben hier also wo die wo die schrift praktisch oben ist wo die schrift dann erhaben ist und deswegen arbeite ich mal auf diese seite hier könnte nehmen jetzt meinen welche farben habe ich auch noch nicht gesagt marineblau nehme ich mal lieber mal ruhig auf das glückwunsch der hoffnung dass wir das nachher dann gut sehen dann habe ich mir überlegt natürlich noch dazu eine von den neuen und zwar karibikblau schaue dass ich doch nicht so ineinander kommen biege den mal so ein bisschen und als letztes aber kein grün ich schaue wie gesagt dass ich nicht die farben mische so dass ich hier drauf kommen du könntest auch wenn du hast die kleinen spots nehmen mit denen arbeiten oder mache ich vielleicht nachher noch mal bei einer idee die blenden ok haben wir so jetzt könnte man das einfach abdrucken dann hätten wir das wunderbar farbig wäre schick aber wir wollen ja so ein bisschen water color effekt machen also arbeiten wir auch mit wasser ich habe einen geschlappen es wird richtig nass du hast gesehen dass also eine wasserfeste unterlage die neben andere zum backen das ist so eine immer wieder verwendbare backmatte und jetzt sprühe ich das hier einfach ein bisschen ein weil sie liegen ja experimente nicht zu viel weil sonst läuft das wie verrückt und ich glaube auch jetzt wird sie verrückt laufen aber das macht nichts das glückwunsch ist hier drüben das will ich in jedem fall haben also gehe ich mal hier schön an den rand das ganze gerade drauf dort ganze zugemacht und dann durch meine mini präger und jetzt ganz wichtig die geschlossene seite steht übrigens alles auf diesen kleinen teilen hier auf den platten muss zuerst durchleiten das haben wir natürlich nicht so eine ganz perfekte unterlage durch die wasser unterlage jetzt genug gequatscht und jetzt kommt der spannende moment wo man hinterher sagt entweder hat es funktioniert oder nicht noch mal okay so jetzt packe ich das mal aus und du siehst es ist schon also ich kann damit leben schau mal es ist ganz unterschiedlich an manchen stellen mehr oder weniger es hat aber fast alle farbe aufgenommen und ich finde es schon mal einen coolen effekt nur ist fast alle farbe weg also mache ich beim nächsten element hier übrigens habe ich dann einfach den zweiten und dritten dritten abdruck genommen und habe so einen bunten hintergrund drauf und jetzt mache ich das noch mal nehme in dem fall mal die blending pinsel ich mache mal trocken auch meine platten lassen sich alles der wasser farbe deswegen funktioniert das überhaupt lassen sich dann alle wunderbar auch mit wasser halt putzen wasser farbe ok jetzt also blenden wieder in die moment jedes mal muss sie dreimal denken so rum ist die schrift jetzt nehme ich mal die blending pinsel zum auftragen wir wollen ja experimentieren und dann werde ich nach etwas weniger wasser und schon so langsam anschleichen ich arbeite hier mit einem blending pinsel und zwei blauen tönen da muss man ein bisschen gucken dass man am ende nicht das helle ins dunkle und vor allem nicht schmierpapier raus und gehen jetzt auch ein bisschen glückwunsch und auch jetzt wieder den spritzer jetzt mal weniger was wir wissen ganz ob es weniger ist wir schauen okay wir legen wieder schön mit sich drauf glückwunsch will ich und kurbeln wieder durch unsere maschine wiederholung gleiches prinzip geschlossene seite formeln die platten gut übereinander der ansatz ist das problem und auch da geht es oben drücken und durch was jetzt passiert ist gucken einfach mal und ich nehme das mal gleich und mache ich weiß es ist nicht mehr viel farbe drauf aber ein bisschen noch nehmen noch mal den letzten rest von der farbe auch noch macht so spaß zu kurbeln deswegen natürlich natürlich ist natürlich nicht vorführeffekt jetzt streut es sich das ist auch super wenn es nicht gut funktioniert im video dann ist es der moment wo ich tatsache aufstehen muss geschlossene seite und die kraft anders verteilen muss jetzt läuft das seht ihr aber ihr wisst ja sie gibt nicht auch so ich komme wieder ich muss nur einmal aufräumen so jetzt werden wir die maschine zusammensetzen und jetzt haben wir ganz wenig minimal nur noch die punkte und flecken drauf aber es ist eben auch ein netter effekt und von meinen unterschiedlichen hintergründen würde ich jetzt einfach nehmen nehmen sagen nämlich den zweiten weil den finde ich am besten genau so und dann nehme ich mir den wassertank pinsel und einen block aquamarine drücke das auf den stempel block das sind ja wassertank pinsel könnt ihr hier mit etwas druck da steht push heißt rücken drauf drücken und tropfen wasser jetzt eingeben da ist er und die spitze ist jetzt auch nass dadurch kommen wir jetzt auf aquarell das ist der moment den kriege ich ganz gut hin wenn ich nicht die kamera an habe da muss ich die hand ganz ruhig halten ich male jetzt mit dem wasser also in aquarell das glückwunsch hier einfach noch mal nach und habe praktisch die techniken miteinander verbunden dass ich einmal den hintergrund in dieser aquarell wasser water color technik und dann noch mal kolor ihre mit dem wassertank pinsel wie gesagt wenn ich da für mich alleine wird das etwas besser aber hier muss das jetzt so mal eben schnell drüber gehuscht reichen so empfehlung nun haben wir ja das thema aquarell monat also aquarell technik hier ist nun das haar nicht mehr ganz drauf macht aber nichts ihr wisst ja worum es geht glückwunsch kann sich ja jeder denken wenn wir das nicht hätten dann wäre mein tipp für diese technik kann man super machen man könnte jetzt auch oben noch so andere buchstaben also zum beispiel hier das bravo hier drüben oder so könnte man jetzt auch noch mit dem wassertank pinsel wunderbar aber es ist eben auch eine der techniken die man mit präge voll dann machen kann indem man sie einfärbt durch kurbelt und dann farbige motive hat und dann ist es auch viel klarer als dieser aquarell effekt aber den wollten wir ja nun mal gerade haben so also jetzt könnte man einfach noch mehr worte daraus zaubern aber ich höre gleich auf weil sollte ja noch fit sein die anderen videos der anderen mädels anzuschauen deswegen setzen wir jetzt einfach unser buch zusammen kann ja später auch noch mal okay so haben wir jetzt geht es weiter mit unserem faltbüchlein ist die fläche trocken das kommt beiseite hier liegt es hat dann mache ich zeige dass man es hat ja nun die in schmaße das heißt also dreimal vier inch müsste es sein und wir gehen jetzt mal ganz frech auf zentimeter über deswegen habe ich zugeschnitten die vorderseite ist gedacht in acht mal 10,5 zentimeter und daraus ergibt sich ein zuschnitt für meinen umschlag in 16,6 zentimeter je nachdem wie dick und fest du das hier hinten hast du haben möchtest mal 10,5 zentimeter also 16,6 x 10,5 für mich reicht dieser steg ich habe das schon mal gefallen links und rechts vom rand bei 8 cm und dann bleiben eben genau diese 6 mm hier hinten übrig bei einem meiner bücher hatte ich gar keinen umschlag das ist also auch möglich das sieht auch außen ganz nett aus ohne umschlag finde ich jetzt gerade nicht habe ich hier irgendwo versteckt und wenn du siehst guckt das normal okay dann also mattungen ich habe noch mal das tolle papageien grün genommen wird hier drauf gesetzt die mattungen habe ich zugeschnitten in 7,5 x 10 cm und für die rückseite auch und dann schneide ich mir hier raus einfach mit meinem papier schneider du weißt dass es 9 cm in der höhe also hat es oben noch mal diesen weißen rand passt auch schick mal 6,5 cm schneide ich mir hier einfach zwei stücken ab vorne möchte ich das glückwunsch haben und auf der rückseite ist mir egal aber es soll zu vorne passen so richtig so oder habe ich das und dann habe ich jetzt letztens so ein band gesehen mal sehen wo ich es hingeräumt habe im neuen mini ja das hat sich hier hinten versteckt wenn es jetzt runter fällt kann man problem aber jetzt genau und das hat ein anderes grün aber ich finde das passt sich so ein bisschen an hier habe ich ja das passende in dem neuen blau ton der mir auch gerade entfallen ist man sagt was und weiß es schon nicht mehr genau also setze ich hier oben einfach ein stück von dem band an mache eine schleife drüber das hört sich hier einfach mal so oben drauf dann ist die gestaltung weiterhin da unten und zwar mache ich das ja gerne so dass ich die schleife am ende oben drauf setzte also kommt das band hierhin auf der rückseite noch mal mein abreißklebeband und das ganze drauf eine kleine schleife gelegt das kommt hier drauf die schleife jetzt so warm dass man fast nicht mehr solche kleinen sachen machen kann finde ich heraus geht auch schon nicht mehr die schleife fertig und die setzen wir hier vorne einfach drauf und so ein bisschen nach hier drüben dann passt das super und dann habe ich zugeschnitten für die fächer fünf stück mindestens in 6,5 x 9 cm und könnte dann hier innen auch noch mal welche rein kleben einfach so als auflagen wo ich dann noch groß drauf schreiben könnte oder was ein kleben kann ja das wäre so meine idee für die maße und jetzt kommen wir noch schnell zu den klappen und schauen wir einfach wo die öffnungen sind hier ist oben also stand sich jetzt mit dieser stanz ich könnte es auch mit nach unten machen aber nur habe ich nicht hier einfach so eine griffschlaufe rein beim nächsten ist das an der seite die klappe also stand sich ist hier rein dann gehe ich wieder nach oben und nochmal an die seite und wieder oben das war's also ich habe dreimal oben und zweimal an der seite klebe das ganze hier rein dabei klebe ich hier außen am rand fest und hier lasse ich ein bisschen luft damit das ein bisschen sich nach oben noch hinten biegen kann weil es ja gefüllt wird dann mit diesen fett mit diesen blättern ja schieben wir einfach hier rein und können sie dann eben wunderbar wieder rausziehen durch unsere griffen ja genau so jetzt wie ich das klebe kannst du dir vorstellen wird darauf gesetzt und darauf gesetzt mache ich gleich fertig ich könnte jetzt hier mein wunderschönes schleifen band nochmal dazwischen legen und vorne dann zu binden mache ich aber nicht weil ich lasse die bücher mal offen aber setzt meine schleife von und dann nämlich hier siehst du was was ich demnächst zeige eines der neuen produkte aus dem mini katalog wir können nämlich unsere bling bling perlen selber machen jetzt das ganze klebe so klebepunkt ist drauf muss auch eine reichen setzt sich jetzt hier oben an die ecke dadurch ist diese gestaltung dass die schrift ein bisschen nach drüben gerutscht wird wieder ein bisschen ausgeglichen das wird hier drauf gekriegt vorne drauf gekriegt und fertig das ist das mini buch nummer zwei das war die sache nummer eins aquarell technik da gibt es noch ganz viele möglichkeiten mit präge form aber das war halt das was ich mal zeigen wollte ein bisschen abstrakt hinterbund gestalten und trotzdem die präge form gut eingesetzt und was habe ich noch versprochen ich mache ich mache noch fertig und was habe ich noch versprochen ich zeige noch mal ein paar von unseren experimenten mit der struktur pasta und zwar haben wir hier einfach eine landschaft gestaltet und dann das segelboot drauf gesetzt hintergrundpapier dazu und fertig wurde hier der beides verwendet also einmal diese form als schablone wurde hinten praktisch die strukturpaste aufgetragen und dann noch mal das element eingefärbt mit struktur pasta und das ganze zusammengesetzt genau was haben wir noch hier haben wir mal eine fläche komplett so genommen mit dem muster kuss drauf und fertig das ganze farbig auch ein witziger effekt das ist ein element was übrig blieb sage ich mal so die karte ist nicht fertig wird noch zusammengesetzt hier habe ich tatsache aquarell technik und zwar die strukturpaste mit der sonnenblume du siehst hier ist wieder was doppelt verwendet und dann das ganze in der aquarell technik und den rest wirst du sehen schreibt mir das gerne zeige ich gerne vielleicht so im august ja auch wenn du interesse hast schreibt das so fertig das war's nicht das längste video von den mädels schaut aber unbedingt rein bei anna lena irntraut karin merle und schaut euch ihre tollen aquarell ideen an da wird auch nicht so abstrakt wie bei mir sondern da wird es richtig schön koloriert und jeder hat eine andere idee ja das war's hier geht es weiter mit noch mehr ideen diesen video hop und ganz viele andere ideen also wir sehen uns sicher in einem meiner nächsten videos bis dahin ich freue mich darauf deine angela von der stempel familie